Ich brauche ein Outro. Ja, ich habe ein Outro. Echt? Ja, aber das ist so kacke. Hallo hier und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Attack Deck. Mit dabei ist... Frasier Gamer HD, hallo? Frasier Gamer HD, genau. Wie schaffst du das so schnell zu reden? Ja, ich weiß nicht. Das habe ich mir irgendwann mal eingeübt. Von einem... Woher habe ich das eigentlich? Von einem Freund. Huh, ich habe keinen Shader drin, das geht ja nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So. In der letzten Folge habe ich mir aus 23 Diamond Orson 49 Diamanten gemacht. Einfach, weil ich eine Fortune 3 Spitzjacke habe. Und damit bauen wir jetzt noch mehr coole Sachen ab. Zum Beispiel... Siebo? Ja. Dein Dingster ist fertig. Das ist gut. Genau. Frasier Gamer HD macht mir mein Thumbnail ein bisschen keck. Mit meinem Skin drauf und so. Und mit dem Bogen und Pfeil. Ja. Das ist in der Folge gleich drauf, würde ich sagen. Ja. Ruby... Ich habe schon über ein Stack Ruby. Also wenn du Ruby von mir brauchst oder so. Das bräuchte ich ziemlich sehr. Weißt du, wo mein Grundstück ist? Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan. Das ist halt von Mark von René. Aha. Ah, das ist gut, ja. Da ist eine Kiste drauf. Da ist ein 10 Obsidian oder so drin. Ah, das ist gut. Okay. Das ist sehr gut. So, wie ist denn das? Was tue ich in den Maserator nochmal rein? Ah, ja. Für... In den Maserator tust du das rein? Genau. Diese Erze da. Also normale Sachen, um die zu Staub zu machen. Genau, genau. Da kann ich Copper rein tun. Und ja. Was ist Sulfur Oil? Das weiß ich nicht. Wozu brauche ich das eigentlich? Das ist die Frage, liebe Leute. Und... So. Ich habe einen Oil Bucket und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Hmmm... Aber ich habe 52 Diamanten. Das ist so geil. Oh. Stimmst du gerade? Ja, weil ich einfach so spitz auf meine Diamanten bin. Das hat sich gerade so angehört. Oh, ich habe 22 Diamanten. Oh, geil. Ja, eh. Ist ja so. Und ich betreibe meine Kacke noch immer mit Kohle. Und das ist echt verschwenderisch. Aber Pech muss. Einfach YOLO. So. Ich habe eine Idee. Mr. Krabs, ich habe eine Idee. Lass mal ab jetzt zusammen minen gehen. Irgendwann. Okay. Ja, können wir machen. Wieso? Aber das erledigt eh schon meine Mining Turtle für mich. Ja, ich habe halt keine. Ah. Das ist natürlich blöd. Ich würde zwar eine von Capman ausgeliehen bekommen, aber ich muss sie ja erstmal mit Strom füttern. Und Kohle habe ich ziemlich wenig. Kohle kann ich dir aushelfen. Echt? Natürlich. Das ist cool. Denn ich baue jetzt eineinhalb Stacks Kohle mit einer Fortune 3 Spitzacke ab. Das heißt, das wird abgehen. Abgehen, abgehen, abgehen. Ach ja, du hast hier Fortune 3 auf deiner Green Save Spitzacke, oder? Nein, auf meiner Diamantspitzacke. Auf deiner Dierspitzacke? Ja. Das habe ich mir letzte Folge gemacht. Okay, ich schicke dir das gerade. Ich habe es schon gehört. Okay. So. Bidu, 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 bidu. Bidu, bidu, bidu. Bidu, 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 bidu. Bim, 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 bim. So. Boah, das ist einfach das Lustigste mit dir aufzunehmen. Wieso denn? Ey, es ist einfach voll lustig. Okay. Oh mein Gott, ich baue das mit der falschen Spitzacke ab. Nein, doch nicht. Ja, weil es sieht so aus, als würde der irgendwie doch jetzt kommen mehr als einfach. Also, eineinhalb Stacks Kohle. Und jetzt schauen wir mal, wie viel ich da rausbekomme. Ender Crossing ist einfach geil. Vor allem die Musik. Genau. Könnte ich ein bisschen lauter machen eigentlich? Ja, mach mal ganz laut, dass man dich nicht mehr hört. So ist es, mach ich glaube. Doch, man hört. Na, ist ein bisschen zu laut, glaube ich. Hast du keine, ähm, also ich habe ein Headset und ein Mikro. Und am Headset habe ich, also ich habe halt ein Headset, aber das benutze ich nicht. Ich benutze mein richtiges Mikro. Und an meinem Headset habe ich eingestellt, dass ich, ähm, mich selbst höre. Ja, das kann ich auch. Jetzt höre ich mich eh, warte. Jetzt höre ich, boah, das ist ja urleise mein Ton. Ich höre mich dann, also ich höre mich immer so, also ich höre den Minecraft Sound. Ich höre mich dann so, als würde ich die Aufnahme schauen. So ungefähr. Ja, also ich, ich höre mich auch jetzt. Also ich, ich stelle das mit einem Knopfdruck um. Das mache ich eh hin und wieder. Aber ich mache es nur noch fällig. Bei uns blitzt es gerade. Bei mir nicht. Bei mir? Aber wir sind ein bisschen weiter auseinander, oder? Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, nur ganz wenig. Bei mir hat es gerade einfach so gemacht, so bumm. Und plötzlich, und plötzlich ist da so ein Blitz, so einmal so ganz dunkel und plötzlich hell. Das hört sich brutal an. Richtig brutal. Ich mache gleich mal mein Fenster auf. Ja. Es ist so spannend, dieses Kohle abbauen. Es ist so wahnsinnig spannend. Boah, cool. Ja. Warum, warum hast du dich eigentlich für die Technologie entschieden? Also. Äh. Äh. Ich kenne mich mit Fenster wie es nicht aus. Und ich habe drei, fast dreieinhalb Stacks Kohle rausbekommen. Ach so. Ja. Ich würde eher sagen, mach lieber Magie, oder? Ne. Bleib du bei der Technologie und ich mache dann die Magie. Okay. Magst du mir, magst du mir einen Feuerstab craften? Ja, das würde ich machen. Weil ich will nämlich Capman damit verbrennen. Weil er mich jede Folge ... Capman verbrenne ich mich auch immer. Die ganze Zeit ... Ich sage dir, Capman, ich werde einen Feuerstab bekommen und dann ... Boah. Ich werde ihn verbrennen. Ey. Aber wir müssen dann so einen Plan schmieden. Du ... Aber klar. Du machst mir eine Nanosaver. Und dann machst du uns eine Quantumrüstung und so. Und ich gebe dir alle Zauberstäbe und so. Ah ja. Dann werden wir Capman richtig fertig machen. Ist okay. Ja. Ich glaube aber eher Nanosaver und so sind teurer. Ja. Ich glaube nämlich auch. Da schreibt mir MG Gaming. Ja. Schreibt ihr jetzt gerade? Ja. Hat krass geschrieben. Ja dem ist langweilig. Der ist noch nicht zu Hause. Der ist erst in einer halben Stunde zu Hause. Der wohnt ja bei mir. Also bei mir. Bei dir in der Nähe. Ja halt in Wien. Oh. Er hat es den Wohnort verraten. Oh Gott. Ich wohne in Wien. Oh Gott. Ich wohne in Deutschland. Oh. 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 Diese Fortune Spielzeuge bringt es voll. So. Was kann ich denn noch mit Fortune abbauen? Ich bin jetzt im Fortune Fever. Ähm. Redstone kann ich abbauen. Green Emeralds kann ich abbauen. Ting nichts. Ich darf doch in deinen Videos Schleichwerbung machen oder? Ein bisschen. Aber nicht so viel. Schleichwerbung. Für. Äh. Äh. Für was soll ich Schleichwerbung machen? Äh. Äh. Keine Ahnung. Ah ja gut. Schleichwerbung für Whatsapp. Ah ja. Warte. Pass auf. Ich baue jetzt Sulfurohrab ab. Boah. Ich bekomme daraus. Sulfur. Ah Sulfur. Sulfur. Das ist. Wie heißt das? Schwefel. Schwefel. Sulfurs Schwefel. Wofür brauche ich Schwefel? Ei. Vielleicht. Um. Irgendwas mit Strom oder so. Aber das ist. Das ist echt cool. Weil. Ich war letztens nämlich in Neapel. Also letztens im September. Und da war auch nämlich Schwefel bei einem Vulkan. Und jetzt ist bei der Lava auch Schwefel. Das ist voll realitätsgetreu. Mhm. Ja. So. Ich baue jetzt noch Sulfur ab. Aber an Minecraft gibt es auch Vulkane. Ja. Habe ich letztens einen gesehen. Aber es war nicht so toll. Aber. Ich hab da Basalt abgebaut. Ja. Äh. Hast du den Wegpunkt gesetzt? Nein. Aber ich weiß ungefähr wo es ist. Ja. Geil. Weil ich wollte Basalt und Marble für mein Haus bauen. Apropos Haus. Ich baue ein Haus. Ich auch. Naja. Du wohnst ja in deinem Berg. Ja. ein Atomkraftwerk. So wie Dena im Megaprojekt. Ja. So ähnlich. Und oben drüber setzen Steine. Außenrum brauchst du keine Steine zu setzen. Okay. Weil äh. Es fliegt ja nur nach außen. Und es fliegt dann nicht so gut hoch. Du musst nur über dieses Ding diese Schutzsteine setzen. Okay. Ja. Ich finde selbst auch das äh. Atom die beste Kraft ist bei Feed the Beast. Weil mit einer Zelle machst du eine Million Strom. Ja. Das läuft. Hätte ich gesagt. Also ich hab so viele Sachen. Also die gerne Ahnung wo ich das alles ihm tun soll. So meine Melonen tue ich jetzt mal woanders rein. Oder du wohnst doch neben Meer oder? Ja. Dann würde ich so ne wie so ne Treppe so das Wasser vom Meer in dein Keller rein fließen lassen. Und dort dann so äh ganz viele von diesen ähm äh äh Wasserdingern setzen. Weißt du dass du direkt aus dem Meer den Strom äh das ja die Wasserenergie raus ziehst. Okay. Ich werde schauen was ich tun kann. Wenn ich mir kurz beim Kisten sortieren konzentrieren müsste. Das ist voll 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 spannend. Aber du musst mit 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 einer Crossings Bombe. So. Mal schlafen gehen. Dum 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 dum. Ich hab mir jetzt mit Absicht ein Video von dir handen mitsingen zu können. Dum 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 dum. Oh ja ich brate mir Steaks. Oh ja. Das läuft, das läuft. Shubit illumin. Shubi.... Ich werde die ganze Zeit angerufen. Dann hebe ab. Nee. Ich stelle mich jetzt auch beschäftigt. Boah, du bist so famous. Du bist die ganze Zeit angerufen. Ich werde eigentlich nur von einer Person angerufen. So, wie läuft's da? Da ist Copper Dust. Das tue ich da rein. Dann habe ich Copper. Oh yeah. Ich brauche eine Kiste mit Dust. Da ist die da, durch das dran. Ich brauche ein Outro. Ja, ich habe ein Outro. Echt? Ja, aber das ist so kacke. Ja, komm. Ich bekomme gerade ein neues Intro gemacht. Und jetzt bekomme ich bald ein Outro. Aber ich habe es noch nicht. Ich hätte urgegern ein Outro immer. Das ist voll cool. Ich habe nicht die perfekte Musik schon dazu. Aber ich verrate es euch nicht. Wenn ihr eine Folge Let's Play Minecraft auf den Members of Dayserver findet, wo ich mein Outro habe, dann bist du deppert. Dann seid ihr Bombe. Aber das findet ihr eh nicht. Das habe ich erst einmal benutzt. Okay. Ich suche jetzt alle Members of Dayser Folge durch. Es sind ja nur so um die 100. Ja, 120. Nein, fuck. Falsche, falsche Kiste. Ich bin so dumm. Achso, ich dachte, du sagst jetzt fuck. Die 120. Folge darfst du es benutzen. So, die Shards und den Dust geht da. Ich weiß, es ist so langweilig, aber was soll ich tun? Ich brauche Ordnung. Deine Filebombe hatte 612 Aufrufe. Na ja, so schaut es aus. Ich bin so famous. Ganz brief. Erstes Mal mit Webcam. Oha. 114 oder so. Ja, genau 114. Läuft extrem. Er kennt sich aus. Jedes Mal, wenn ich einen Abonnenten mehr kriege, trinke ich einen kurzen. Deswegen bin ich die ganze Zeit voll besoffen. Okay, es war Folge 46. Nein. Ich habe geraten. Es ist ein bisschen später. Ich glaube 90. Irgend so was. Keine Ahnung. Eigentlich könnte ich auch nachkommen. Jetzt wollte ich mir eigentlich von ganz oben die ganze Playlist durchschauen. Das Problem ist, du musst überall am Ende schauen einfach. Das ist eigentlich eh leicht. Einfach so alle Folgen einmal ganz durchschauen. Sicher. So, ein Feuerzeug. Das ist gut. Das lasse ich mal da. Was mache ich mit Copper Cable? Ganz ehrlich, das tue ich in meine andere Kiste da. Seit 15 Minuten tue ich nichts anderes als Kisten sortieren. Es ist so fad. Warte, bitte tut es diese Folge disliken, bitte. 100 Folgen Müll. Ja, das ist mein Special. Okay, hier ist kein Outro bei der 99. Iron Dust, Silver Dust. Boah, ich habe ein Enchanted Book mit Unbreaking 3. Oh mein Gott. Ja, das tue ich auf meine Fortune 3 Spitzhacke. Okay. Und ich habe nur mit meinen Erzten abgebaut, schon wieder 25 Level. Du hast was falsch gemacht. Gibt es in 1.4.7 schon einen Amboss? Ja, glaube schon. Ja. Das gab es, glaube ich, schon in der ersten Minecraft-Version. Gut. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Oben drei Eisenblöcke. Und sonst vier Eisen. Ja. Okay. Ja. Schon wieder gecheckt. Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du hast hier mal Assassin's Creed gezackt. Ja. Würde ich eigentlich noch gern weitermachen, aber ich habe keine Zeit. So, irgendwie, gell. Boah, es gibt schon einen Einzelnen. Warte, ganz kurz, bei mir kommt niemand rein. Dann mute dich, mute dich. Mute dich, mute, mute. Wie lange geht die Folge schon? 15 Minuten. Ich muss. Ja, du kannst ja auch jetzt schon gehen, wenn du willst. Ja, gut. Ich muss gehen. Tschüss. Tschüss. Niemand will dich haben. Nö. Also, das muss ich dir noch erzählen. Fortune 3 plus dieses Enchanted Book Unbreaking 3 kostet mich nur 9 Level. Eh nicht. Warte. Und es 16, wenn ich sie umbenenne. Soll ich sie umbenennen? Nenn sie um und mach dann erst das Buch drauf. Wenn du kostet es weniger. Das ist umbenennen für teurer. Wenn ich sie jetzt nur umbenenne, kostet mich das 20 Level. Wow. Und so nur 16 mit dem Buch. Benennen sie nicht um. Nein, tue ich nicht. So, Fortune 3. Na gut. 9 Level. Tschüssi. Ciao. So. 9 Level. Das mache ich. Soll ich das? Nö. Nö, nö, nö. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Weil. Wieso? Weil ich jetzt noch 30 Level haben will und die 9 Level bekomme ich eh so einfach. Nur die Frage ist, wie mache ich denn das? Das ist die Frage. Aha, aha. I like it. Aha, aha. Okay, das war anscheinend in der Kiste. In der Kiste. Das, das. Okay, ich habe schon 16 Uranium Wall. Ich will mir Atomkraft machen. Fette Atomkraft. Und bis ich, ähm, ähm, bis ich Atomkraft habe, betreibe ich meine Sachen mit Kohle. So schaut es aus. Ah, schauen wir mal. Jedenfalls Iron kommt da rein. Und das ganze Müll hier. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Was kann ich da jetzt noch machen, um Level zu bekommen? Und, that's the question. Copper or? Hüah? Copper. Komm, 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 komm. Daher. Daher mit dir. Ja. Da. Da. Da ist Kohle drin. Ist gut. Da sind 10 Copper. Das heißt, da kann ich Dust rein geben. Ähm, 64 Dust am besten. Zum Beispiel. Hm. Was machen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Ich bin davon nur motiviert, eine Folge aufzunehmen. Deswegen. Tanze ich mal ein bisschen für euch. Nein, Spaß. So. Silver oder Iron? Hm. Silver oder Iron? Iron. Iron. Boah, Overclocker. Ich will dieses Overclocker Upgrade, oder wie das heißt. Overclocker, oder mit K, Overclocker, nein, was? Overclocker. Over, over. Up, ich habe ein Upgrade. Upgrade. Da. Overclocker mit C? Was bin ich für ein Vollidiot? Boah, das habe ich, das habe ich, wie geht das? Mit Tin. Tin und Watercan. Waterbottle. Oder, okay. Tin. Das heißt, davon brauche ich drei Stück. Das heißt, vier mal drei ist zwölf Tin. Und Wassereimer. Zwölf Tin und vier Wassereimer. Nein, drei Wassereimer. Und vier Tin. Silber, Tin. Äh, zwölf Tin. Dann nehme ich, jetzt, jetzt tue ich mal was. Ich meine, ganz ehrlich. Ähm. Ass, Iron? Was ist mit Iron? Da ist Iron. Bläh. Und Wasser, genau. Schubidu. Bub, 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 Bub. Schubidu, Bub, Bub, Bub. Egal, ich mache mir jetzt einfach mal drei Eimer, weil ich so viel Geld habe. Ich habe einfach, ich habe einfach Style und das Geld, ey. So, da tief aus dem Ozean werden wir diese, boah, wie geht es mit dem Jetpack? Es ist fast voll, einfach weil es die ganze Zeit aufgeladen wird. Hui. Oh, das ist aber cool. Das ist eine, ähm, 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 ja, das wurde ab, wurde das abgebaut oder habe ich das abgebaut? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall hat, wurde hier ein, ein, ähm, ja so, sozusagen Gummi Farm gebaut. Was ist denn da? Hä? Hm? Boah, ist das irgendwie special? Boah, wo bin ich? Was? Was war das jetzt? Gut, ich nehme schon 20 Minuten auf, aber ich würde dieses Overclocker Upgrade noch machen und dann mache ich die Folge beende. Dann mache ich die Folge beende, ey. Wo bin ich denn? Da bin ich zu Hause. Hui. Ja, das ist mein cooles Haus. Ich meine, hallo, das wurde hier mit Cobblestone gedingst. Äh, einfach nur so. Nein, nicht mit, nicht mit dem, sondern mit Tin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 16 Empty Cell. Bekomme ich eine 10k. Dann, boah, dafür brauche ich, verbrauche ich einen ganzen, also nein, der leere, den bekomme ich wieder. Gut, jetzt habe ich eine 10k Bullend. Overclocker Upgrade. Drei von denen, Electronic Circuit, geht ja mit Refined Iron 6 Copper. Refined Iron 6 Copper. Ich habe nur 5, boah. Ich habe nur 5 Copper. Ich habe ernsthaft nur 5 Copper. Ernsthaft. Copper. Copper, 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 Copper. Schubidu, Boobidu. Jetzt reicht es mir, jetzt reicht es mir. Refined Iron. Ich brauche noch Refined Iron. Refined Iron. Refined Iron. Refined Iron. Refined Iron Iron. Refined Iron Iron. Refined Iron Iron. Refined Iron Iron Iron. zumuten es tut mir echt leider noch 20 steaks boah 20 steaks uhrgeil so jetzt reicht es mir denn ich mache mir das wisb kommt zu mir das wisb ist bei mir schnell schnell bauen schnell bauen jetzt reicht es mir ich mache mir einfach copper cable ohne ende copper cable ohne ende weil mir geht es am arsch mit dem copper cable machen muss ganz ehrlich ich meine dann mache ich mir einfach mal viel jetzt geht es ja so gut aber locker zwei copper cable elektronisch sehr gut dass da zwei redstone und ein brief an iron das ist leicht das ist leicht nicht daher so jetzt machen wir das ein iron ingot kommt schon schnell schneller schneller iron warte ich da wirklich kein iron brief an iron nein ok 23 minuten schon scheiße 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 schnell ins bett ich will dieses overclocker upgrade noch haben bitte 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 es kann ja nicht sein dass ich das da mal so was ich muss ja nur also redstone ich brauche nur mehr redstone keine sorge ist es gleich fertig ist gleich fertig da mehr redstone enough redstone for the next two month oh yeah oh yeah so overclocker also elektronisch sehr gut gut das habe ich mir gemerkt ist in den kopf drin jetzt ist es drin in den kopf ein wieso mache ich mir davon eigentlich nicht gleich mehr von diesen elektronisch sehr davon werde ich mehr brauchen die ganze zeit gut overclocker dass das 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 gut das ist ja not so schwer was war das copper cable und overclocker upgrade so und jetzt beim wie das weg zieht wie das weg zieht wie das weg zieht dafür dafür habe ich ein overclocker upgrade gemacht ja bisher die unnötig wie unnötig ist das denn schubidubu ja kann nichts machen weil wozu brauche ich den schied so iron tin fortune 3 jetzt reicht es mir oder nein es reicht mir nicht ich mache das nächste folge ich will dann wieder level 30 irgendwas geiles entchanten aber ich weiß nicht was ehrlich gesagt was soll ich entchanten ich habe alles ich habe einfach alles ich habe einfach alles das ist das problem ja keine ahnung wie soll ich das wie mache ich denn das den copper cable dann kommt das dann auch rein ist ja egal was soll ich was soll ich denn entchanten kannst du in die kommentare schreiben bitte was ich als nächstes entschalten soll bitte 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 ganz ganz wichtig das mache ich wieder so dann dass man auch mal so gut geht gut geordnet fliehen stil das haben wir da das haben wir da ja und den rest ja lassen wir jetzt mal so torch ich hätte bogen entchanten wie wärs damit jedenfalls das war's bei mir für die folge ja wie ihr seht es kommt jetzt nur einem tag aber ich schaffe einfach mehr nicht tut mir leid und ja und mein ich habe halt gesehen mein kanal ist extremst fit the beast lastig das heißt ich sollte hin und wieder schon so server games oder so machen das werde ich jetzt vielleicht auch machen und ja das war's für die folge bleib gesund und munter bis zum nächsten mal ciao